Ich habe 413, 417, 424, aber es funktioniert jetzt. Da kann ich nichts machen, ich weiß nicht, was die da unten gemacht haben, aber es sah komisch aus. Den ersten habe ich sogar gehalten und dann den rein. Egal. Einer ist keine, das ist nur so schön, ja. Da fährt da keiner hin, da muss der da hinfahren, der weiter weg ist. So. Nein. Geht da einfach nur spinnen so, also nur einfach auf den Gegenfahren so. Ah, sauber. Oh! Das war eigentlich doch meine Vorlage, aber es ist in Ordnung. Obwohl der Ball war orange, ne? Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Ich werde schon wieder verstehen. Ich werde schon wieder verstehen. Hallo! Was denn mit dem? Ich habe es mal ein bisschen ein bisschen geschade, das ist und ich bin ganz gut. Und du bist auch nicht zu tun, ich werde es jetzt machen. Aber das ist besser. Und ich werde es schon richtig gut machen. Ich werde jetzt sowas machen. Ja, das ist besser. Und ich werde mich jetzt besser. Das bin ich zu schade. Ich habe jetzt ganz sicher. Ja, das ist ja ein bisschen zu machen. Einer jetzt. Wollange wir auch jetzt nicht geholfen werden. Scheiße. Jawoll. Jawoll. Jetzt muss ich erstmal den ausgleiten aber pfuh. Ja. 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 Ich weiß nicht viel genau was man was ist. Ja. 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 ich bin auch nicht der beste aber das was die da spielen ist ja richtig das ist wirklich hier sogar 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 1 ja das problem ist halt du kannst du spiel nicht alleine machen du brauchst auch noch teammates ein bisschen ran klotzen aber so wird das nix so wird das einfach gar nichts okay keiner fährt hin geil ich bin von team mit gerammt das wird schon ein kack spieler sage jetzt schon man das wird doch so ein kack spiel alter welchen wir gar nicht in reingemacht das problem gewesen das wird schon gott hat er mich gerammt oder mein mitspieler er mich gerammt der hund noch mal was daraus die 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 Okay. das ist mit dem dazu muss zu gehen rammt er dann einfach irgendwie nein mach einfach mal ein tor ja nein ich habe mich doch voll erwischt ich habe einen schwachmaten ja was für abstimmen ich will jetzt das weiter ist mir egal das spiel richtig das spiel ist gut wo seid ihr was kann er da achso weil da eine hingehen wollte wo ich nichts dran war wunderschön geht doch waren zwei tors warum heißt eigentlich alle gabriel hier keiner da okay dass man gegen vor hat hier immer von meinen eigenen leuten gepumst ne das ist ja widerlich es ist einfach widerlich alter die die spiel aber ich kann keine nun vor lang für die machen die kinder sich hin schätze und die mann wo bei der andere kam es gehen 2 Tore wird schwer Ich wollte den Ballglück nicht wiederhabe Irgendeiner bitte, irgendeiner Oh, schade Alter, ich verliere gegen Silber, ne? Ist das echt unglaublich Verliere gegen Silber Ich verliere gegen Silber